Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe. Scalf ist unsere beste Cat-Hackerin. Angaranisches Schild-Deaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich für unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Ich habe eine kleine Lücke im Schild erzeugt. Ja! Es hat funktioniert! Noch haben wir unser Ziel nicht erreicht. Aber das werden wir. Die mag ich am liebsten. Sam, wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Pathfinder. Okay, gehen wir. Owen, Scalf, mir nach. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich wette, das geht diesem Kerl genauso. Ich habe diese Orte so oft von außen angestarrt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Die Sachen unserer Leute sind hier. Verlassen. Von den Gefangenen. Haben wir Zeit um... Können wir uns einfach umsehen? Hey, Sessik! Such nach einer Cat-Konsole! Sammeln! Spätestens jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Sie haben die größte Chance, Moschai Cepha zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Das klingt ein bisschen nach Selbstmord. Wir sind zu allem bereit. Das ist der Haupteingang. Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Halten Sie Funkkontakt. Und viel Glück. Können Sie genug Unruhe stiften, um die Cat von uns abzulenken? Auf jeden Fall. Pathfinder. Das Programm, mit dem ich den Schild durchbrochen habe, könnte ihn offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die Angaranische... Wow! Sam, was ist das? Ein Dekontaminationsprotokoll. Die Kammer wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Können wir das Fenster einschlagen? Nein. Die Versiegelung ist undurchdringlich. Wie merkwürdig. Wozu brauchen die eine Dekontamination? Gute Frage. Ja. Und die Antwort wird uns vermutlich nicht gefallen. Ich tippe auf Keimphobie. Pathfinder. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Kett. Noch keine Spur von der Moschai. Verstanden. Wir beraten gerade über uns von diesem Schritt. Wir melden uns wieder. Was ist das? Willkommen, ihr Glücklichen. Tretet vor. Ihr erfüllt mich mit Demut, denn ihr seid erwählt. Erwählt durch den Archon. Erwählt für den Aufstieg. Erwählt für den Aufstieg. Was? Wieso wehren sie sich nicht? Das ist irgendein durchgeknallter Kult. Diese Angara scheinen in einer Art Trance zu sein. Ich kenne die Moschei. Sie ist nicht da unten. Aber vielleicht in einer dieser Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein. Archon. Was willst du? Ein Angriff. Ich verteidige den Tempel. Artha. Ist die Moschei unter Ihnen? Nein. Es erwartet den endgültigen Aufstieg. Dann erledige das und bring es zu mir. Endgültiger Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten. Ja. Wir werden tun, was wir können. Danke. Das ist nicht der Plan. Jetzt schon. Los jetzt. Folgen wir diesen Kapseln. Das kann nicht stimmen. Sie hat sie die Erwählten genannt. Ja, aber wofür sind sie erwählt? Joel, Sie können doch nicht freiwillig hier sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Was auch immer es ist, wir müssen die Moschei da rausholen. Hey, der Widerstand scheint richtig Spaß zu haben. Bitte komm, Pathfinder. Ich höre. Wir haben Commander Dorsier kontaktiert. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen auch Wissenschaftler schicken. Und Techniker. Wir müssen so viele Informationen wie möglich sammeln. Verstanden? Genau. Unser Einsatzziel ist weiterhin die Moschei. Natürlich. Dennoch dürfen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Da sind die Kapseln. Über uns! Sie werden hinter diese Wand befördert. Es muss noch einen anderen Weg hineingeben. Wir könnten ja diese Kerle hier fragen. Wer übernimmt das? E.B.? Keine Zeit! Ich muss schießen! Pathfinder, bitte komm! Alles okay bei Ihnen? Bisher schon. Wir haben die Hauptkammer hinter uns gelassen und dringen weiter vor. Dieser Ort ist verrückt! Was sehen Sie? Es ist wie... Ich weiß nicht. Eine... bizarre Kirche? Wir haben einen Raum voller Gefangener gefunden, die in Trance versetzt wurden oder sowas. Ich schätze, hier durch geht's zum Kern. Wir können versuchen, sie zu scannen. Wer sind die alle? Weibliche Angara, gesund. Und... 176 Zentimeter groß. Bisher keine Entbindung. Niemand hier entspricht Ihrer Beschreibung. Rider, wenn Sie eine Konsole finden, werde ich versuchen, darauf zuzugreifen. Okay, Cat Terminal, wollen wir doch mal sehen, was du hier drin versteckst. Sam? Suche wird durchgeführt. Die Erwählten wurden nach genetischen Daten erfasst. Beeil dich, bitte! Ich arbeite mit Höchstgeschwindigkeit daran, Informationen in einer fremden Sprache und Technologie mit angaranischen Datenbanken abzugleichen. Die Moschai war hier, aber ihre Kapsel wurde vor wenigen Augenblicken weitergeleitet. Oh, oh. Und wohin? Die Kapseln werden von hier in umliegende Räume gefördert. Alles klar. Gehen wir. Pathfinder, bitte kommen. Ich höre. Unsere Verstärkung trifft ein. Wir gehen zurück und treffen uns mit Ihnen. Wir haben eine Spur zur Moschai. Wir denken, sie lebt noch. Bei den Sternen, das sind gute Neuigkeiten. Wir bleiben in Verbindung. Was ist das für ein Raum? Der merkwürdigste, den wir bisher entdeckt haben. Echt unheimlich. Sie enthält genetisches Material, der kennt. Noch ein Dekontaminations. Sam, kannst du irgendwas unternehmen? Arbeite dran. Gephäi. Espräck. Gephäi. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Moschai. Ich scanne weiter nach ihr. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Räume wie diesen. Wir müssen sie finden. Schnell! Sie sind wir. Ja. Wie viele habe ich getötet? Ich wusste es nicht, Ryder. Jaw, die Schuld trifft allein die Kett. Das macht es nicht besser. Nein, aber vielleicht stärkt es den Widerstand. Vielleicht. Ryder, Jaw, schnell, sie ist hier! Beeilung! Sam, ich muss in diesen Raum. Die Kontrastation wird überbucht. Feuer! Er hat die Moschai! Moschai, Sefer. Wir werden sie retten. Sam, was hast du für uns? Ich konnte am letzten Terminal auf die Pläne der Einrichtung zugreifen. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist die Shuttle-Rampe weiter oben. Da ist sie! Ich sehe sie! Sie wollen sie wegschlafen! Halten sie durch, Moschai Sefer! Wir werden sie befreien! Sie werden es nicht bekommen! Nein, sie werden sie nicht bekommen! Mein eigener Aufstieg beschützt mich! Sie sind nur ein mangelhaftes, unmisses Geschäft! Meine Macht entspringt im Geschenk des Archons! Ich werde nicht nachgeben! Wir kämpfen bis zum Tod! Beschützt diesen Heiligen raus! Ich werde nicht nachgeben! Niemand hier wird nachgeben! Jetzt müssen sie sich mir stellen! Ich werde nicht nachgeben! Das war's. Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener, der Cat, ist je wieder zurückgekehrt. Biserige ist mir neu. Wie auch immer, uns bleibt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Sofort. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Oh, es bleibt hier. Es ist für den Archon bestimmt. Sie kommt mit uns. Moment. Ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe. Es ist ein Geschenk. Und Sie verweigern es ihm? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr eigenes Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie Sie. Doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich. So wie die Erwählten. So wie eines Tages auch Sie. So schade, dass ich diesem Schwachsinn vorher ein Ende machen werde. Archite, ich registriere mehrere Catboys im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter. Ich kann, dass ihr empfällt, auf ihren Befehl hin überladen. Sie hatten versprochen, unsere Leute zu befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und den Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein. Er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer. Unsere Wissenschaftler. Unsere Stärke. Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jaw, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Cat eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welches Geschenk die Cat ganz an... Nicht wirklich. Sie hatte Schlimmeres verdient. Wir haben die Moschai. Es wird Zeit zu verschwinden. Und da kommen die Cat. Ich nehme an, Sie wollen Ihre Moschai zurück. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie. Stellen Sie sich zu mir. Nein, Moschai. Schonen Sie Ihre Kräfte. Diese Entscheidung treffe ich. Ich rücke vor. Mir nach. Hier ist der Cat von da. In Ordnung. Gute Idee. Bessere Position. Passfinder, bitte kommen. Sie haben die Moschai. Heck. Schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind. Wow. Achtung. Shuttle, bitte kommen. Wir werden überrannt. Tut mir leid. Ich kann unmöglich landen. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches. Dann sehen wir weiter. Oh, verdammt. Der Korsair. Achtung. Leute. Es wird ernst. Verstanden, Ryder. Wir schaffen das. Diese Typen verwandeln Sie auch? Muss wohl so sein. Was zur Hölle. Ich bin nicht sicher, ob ich in diese Fabrik eindringen will. Oh. Wir sind soweit. Wohlen Sie uns ab. Alles klar. Wir sind unterwegs. Der Sturm wird schlimmer. Wir müssen von hier weg. Sofort. Ryder. Jaw. Schaffen wir Sie ins Shuttle. Widerstandsteam. Bitte kommen. Ich höre Sie. Alles läuft gut. Raus da, bevor die Kette eintreffen. Kein Problem. Wir schaffen das. Widerstandsteam. Ich bin... Ah, verdammt! Nehmen wir es an! Attackieren Sie die Beine! Der Kopf liegt frei! Erledigen Sie ihn! Extreme Kälte registriert, Radweiner! Er macht Babys! Attackieren Sie die Beine! Er macht ihn nicht aus dem Staub! Er darf uns nicht entkommen! Schnell, bevor er einkommt! Schnell, bevor er einkommt! Ziehen Sie auf die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Der macht einfach immer mehr! Die Beine werden ihn zu Fall bringen. Der Kopf! Schließen Sie auf den Kopf! Der Kopf! Der Kopf! Das war's! Das war's! Das war's! Es war's, Fabies! Die Reparaturen legen unter den Geschirrspunkt und sinken weiter. Sie können seine Beine ausschalten. Zielen Sie auf den Kopf! Er darf sich nicht reproduzieren! Die Temperaturen legen unter dem Geschirrspunkt und sinken weiter. Die Beine sind die Schwachstellen! Das tut mir stimmt! Die Extreme-Kälte registriert, Passfinder. Hinterher! Attackieren Sie die Beine! Der Greene! Der Soldaten Sie haben das festge vibratingruktur. Zhang-Kalte dealt� Abby! D sn cadaver! Umgebeunst! Wir fahren unter dem Gefrierpunkt und sind beinahe. Das hat er gespürt! Schnell! Interfacing! Schnell! Wow! Das Ding hat echt ne Menge Ärger gemacht! Wir sollten Priya erzählen, was hier passiert ist.